Alinea Ermocki war ein italienischer Flugzeughersteller mit Sitz in Venegono Superiore bei Varese. Das Unternehmen gehörte zum Feinmechanica-Konzern. Der Anfang 2012 Ermocki und Alinea Aeronautica fusionierte und damit neben Augusta Westland den führenden Hersteller von Luftfahrttechnik in Italien schuf. Am 1. Januar 2016 ging Alinea Ermocki ganz in Feinmechanica auf. Geschichte Ermocki, früher nur als Mocki bekannt, war rund 100 Jahre im Flugzeugbau aktiv. Alinea Aeronautica entstand aus der ebenfalls traditionsreichen Flugzeugbausparte von Fiat, die 1969 mit anderen Firmen im Staatsunternehmen E-Retalia aufging und nach einer weiteren Fusion zu Alinea wurde. Alinea die Flugzeugbausparte von Fiat entstand 1908, als man aus Motoren für Rennwagen einen ersten Flugzeugmotor entwickelte. In dieser Tradition steht heute das Unternehmen Avio, das an der Entwicklung und am Bau der Modelle Turbo Union RB199 und Eurojet TJ200 beteiligt war. Fiat gründete 1916 kriegsbedingt die Firma Societa Italiana Aviatione, die unter anderem Flugzeuge der Pommelio P-Typen in Lizenz baute. Mit der SIA 7 und der SIA 9 dann auch erste eigene Modelle, die SIA wurde 1918 in Fiat Aviatione umbenannt. Unter dem Chefkonstrukteur Celestino Rosatelli baute das Unternehmen etliche bekannte Doppeldeckermodelle, darunter die Fiat CR-20, die CR-32 und die CR-42, sowie den Bomber Fiat BR-20. Von dem späteren Chefkonstrukteur Giuseppe Gabrielli stammen die Flugzeuge der G-Reihe, darunter die Fiat G-55, die Fiat G-91 und das Transportflugzeug G-2. E-222, das bereits unter dem Firmennamen E-Ritalia verkauft wurde. E-Ritalia wurde 1969 in Neapel gegründet, als sich die Flugzeugbauer von Fiat mit EFA und Salmo Aragi zu einem neuen Konzern zusammenschlossen. 1976 wurde E-Ritalia zu 100% in den Staatsbesitz überführt. Das Unternehmen baute wie schon Fiat die Lockheed F-104 in Lizenz und war an der Entwicklung und am Bau der Kampfflugzeuge Tornado und AMX beteiligt. Im zivilen Flugzeugbau war es lange Zeit ein Subunternehmer von McDonnell Douglas und baute in Italien unter anderem Teile der MD-80 Serie und der MD-11. Daneben produzierte man insbesondere nach der Übernahme von McDonnell Douglas durch Boeing Teile der Boeing 767. Im Jahr 1990 fusionierte Feinmechanica E-Ritalia mit dem Rüstungselektronikunternehmen Silenia zu Alenia. Damit entstand Italiens führender Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern. Im Lauf der Zeit wurden einige Unternehmen in den Bereichen Raumfahrt und Elektrotechnik wieder ausgegliedert. Alenia Aeronautica engagierte sich bei der Entwicklung und beim Bau des Eurofighters und des Joint Strike Fighters sowie bei der Neuauflage des Transportflugzeuges G-222 der Alenia C-27. In das neue Unternehmen Alenia Aeronautica brachte Alenia nicht nur seine laufenden militärischen Programme mit ein. Im zivilen Bereich stellte es sowohl für Airbus als auch für Boeing Flugzeugkomponenten her. Unter anderem für die Boeing 787. Daneben baute Alenia zusammen mit der ADS unter der Bezeichnung Aviens D-Transport Regional-Regionalflugzeuge. Auch mit Dassault und Sohoi gab es eine Zusammenarbeit. Bereits 2005 übergab Feinmechanica Alenia Aeronautica die Führung von Air Machi. Air Machi Die Gebrüder Giovanni und Agostino Machi bauten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Kutschen. Auch ihre Nachkommen blieben dem Straßenverkehr verbunden. Giovanni, Giuseppe, Enrico und Giulio Machi gründeten am 19. Juni 1905 die Aktiengesellschaft Societa Anonima Fratelli Machi. Das Unternehmen war zunächst vorwiegend im Eisenbahnbau aktiv. Von 1948 bis 1960 baute Machi auch Motorräder. Im Oktober 1912 veröffentlichte das italienische Kriegsministerium eine Ausschreibung für neue Militärflugzeuge. Giulio Machi gründete daraufhin zusammen mit der französischen Societa Anonyme des Etablissements Niapot am 1. Mai 1913 in Varese, bei Mailandi. Firma Societa Anonyma Niapot Machi. Die danach in Aeronautica Machi umbenannt wurde, während des Ersten Weltkriegs spezialisierte sich Machi auf Flugboote. Einer der bekanntesten Typen dieser Zeit war die Machi M. 5. Daneben wurden auch Landflugzeuge hergestellt, insbesondere in Lizenz, darunter die Niapot 11. Kurz nach dem Krieg wurden bei Machi militärische Flugzeuge in zivile Typen umgerüstet, die für den Passagier- oder Frachttransport benutzt werden konnten, auch begann man mit der Herstellung von Rekordflugzeugen. Die Entwicklung endete 1931 mit der Machi Machi 72, dem seinerzeit schnellsten Flugzeug, das über 700 km pro Stunde erreichte. Chefentwickler war Mario Castoldi, auf den auch die Typenbezeichnung Machi zurückgeht. Während des Zweiten Weltkrieges lieferte Air Machi die Jagdflugzeuge Machi Mach 200, Mach 202 und Mach 205, die von der italienischen Luftwaffe an allen Fronten eingesetzt wurden, jedoch anfangs unter den schweren Sternmotoren litten. Mitte der 1950er Jahre wurde die Wende zum Düsenflugzeug mit der Air Machi MB 326 eingeläutet. Dieser einmotorige Trainer, der ab 1961 an die Truppe ausgeliefert wurde, war mit über 800 Exemplaren für zwölf Kunden außerordentlich erfolgreich. Auch der Nachfolger, die Air Machi MB 339, wurde mit 200 Exemplaren und neun Kunden ein Geschäftserfolg und wird heute noch produziert. Dieses Flugzeug ist in seinen neuesten Versionen auch für die Ausbildung von angehenden Eurofighter-Piloten geeignet. Künftig soll die Air Machi M346 die Reihe dieser Jet-Trainer fortführen. Air Machi übernahm das Programm von SIIE Mach-ETI und damit auch den Erfolgstyp SF 260. Damit war Air Machi in der Lage, für alle Phasen der Pilotenausbildung ein entsprechendes Trainingsflugzeug anzubieten. Flugzeuge Maki M20 Maki M24 Maki M26 Maki M33 Maki M39 Maki M40 Maki M41 Maki M52 Maki M53 Maki M67 Maki M70 Maki M71 Maki MEC Maki M72 Maki M77 Maki MEC Maki M94 Maki MADSK Maki M99 Maki MEC 100 Maki MEC 200 SETA Maki MEC 202 Vollgore Maki MEC 205 Feltro Maki MEC 206 Maki MEC 207 Air Machi M B308 Air Machi M B320 Air Machi M B323 Air Machi M B326 Air Machi M B339 Air Machi M B340 Air Machi M346 Air Machi M211 Air Machi M311 Air Machi SF 260 Air Machi AL 60 Air Machi AM 3C Motorräder 1948 begann Giulio Machi in einem Zweigwerk in Mailand die Produktion von Motorrädern. Erstes Modell war ein einfacher Typ mit einem 123 cm³ Zeitakt Motor, dem bald neue Maschinen mit HV-Motoren folgten. Am bekanntesten waren in Deutschland die Modelle AL La Rosa, AL La Blue, AL A Asura, AL A Verde und AL Adoro mit liegendem Einzylindermotor mit 175 cm³ oder 250 cm³. Mit den gleichen Motoren wurden auch die Modelle Chimera 175 und Chimera 250 hergestellt, die zusätzlich eine Vollverkleidung für den Motor hatten. In den 1960er Jahren ging die Motorradabteilung von Air Machi in den Besitz von Harley Davidson über. Die weitere Entwicklung von Rennmaschinen mit Zweizylindermotoren für die 250 cm³, 350 cm³ und 500 cm³ Klasse war sehr erfolgreich. Walter Villa wurde 1973 und 1974 Motorradweltmeister in der 250 cm³ Klasse auf solch einer Maschine. 1978 wurde das Werk an Kangjiva verkauft. Automobile Das Unternehmen begann 1946 auch für kurze Zeit mit der Produktion von drei Rädern, bei denen sich das einzelne Rad vorne befand. Für den Antrieb sorgte ein Zweizylindermotor mit 750 cm³ Hubraum, der mit Nafta betrieben wurde und 25 PS leistete. Den Machi MB1 gab es als Personen- und Lieferwagen, später gab es auch Dieselversionen. Vom 1963 vorgestellten Modell-Gabrie entstanden nur Prototypen. Zunächst kam ein luftgekühlter Zweitaktmotor mit 150 cm³ zum Einsatz, der später durch einen Zweizylindermotor ersetzt wurde. Der Motor war im Heck montiert. Die Karosserie bestand aus Kunststoff und verfügte über Schiebetüren. Produktionsstandorte Der Unternehmenssitz von Alinea Air Machi befindet sich am Werksflugplatz Venego-Nobal-Varese. Die Abteilung für Militärflugzeuge in Turin und die für Zivilflugzeuge in Neapel. Produktionsstandorte befinden sich unter anderem am Flughafen Turin, am Militärflugplatz Camry in Pomigliano-Darko und am Flughafen Tarent. Die Jetrainer werden in Venegono gebaut.